Nachdenkseiten Die kritische Website Der Tag, an dem die Bücher brannten Ein Beitrag von Helmut Ordner 10. Mai 1933 In deutschen Universitätsstätten karren vor 90 Jahren Studenten und Nazi-Anhänger Tausende Bücher aus öffentlichen und privaten Bibliotheken zusammen Und verbrennen sie auf öffentlichen Plätzen Es ist der schauderhafte Höhepunkt der Kampagne Wieder den undeutschen Geist Die Szenerie ist sorgfältig geplant Nichts war dem Zufall überlassen worden Fackeln waren nun verteilt worden Auf Kommando zieht die auf mehrere tausend Menschen angewachsene Menge los Von weg Professoren in Talan Dahinter NS-Studenten, SA, SS, Burschenschaften und Hitlerjugend Über das Oranienburger Tor, die Hannoversche, die Luisen und die heutige Reinhardtstraße geht es zum Reichstag Dann durchs Brandenburger Tor zum Opernplatz Nun eskortiert von berittener Polizei Auf dem Platz ist ein Holzstoß aufgeschichtet worden Feuerwehr steht mit Benzinkanistern bereit Nun karrt ein Lastwagen mehr als 20.000 Bücher herbei Dann fliegen die ersten Fackeln auf den rasch entflammten Scheiterhaufen Um 23.30 Uhr nach einer Rede des Berliner Studentenführers Herbert Gutjahr Treten Einzelne aus der Menge hervor Und werfen die Werke besonders verhasste Autoren ins Feuer Begleitet von vorgegebenen sogenannten Feuersprüchen Ich übergebe der Flamme die Schriften von Erich Maria Remarque Gegen literarischen Verrat am Soldaten des Weltkrieges Für die Erziehung des Volkes im Geist der Wehrhaftigkeit Nun werden die Bücher stapelweise von den Lastwagen ins Feuer geworfen Auch Propagandaminister Goebbels ist inzwischen erschienen Er zeigt sich vor dem Scheiterhaufen der von Studenten verbrannten Schmutz- und Schundbücher Bei seiner Rede in bester Form, wie er später in seinem Tagebuch notiert Mit seinem Auftritt gibt er dem Autodafé einen fast staatlichen Anstrich Eine Blaskapelle der SA spielt Volk ans Gewehr, anschließend das Horst-Wessel-Lied Und die Menge stimmt lauthals ein Erich Kästner, einer der geächteten Autoren, schreibt später Ich stand eingekeilt zwischen Studenten in SA-Uniform, den Blüten der Nation Und sah unsere Bücher in die zuckenden Flammen fliegen Werke von Heinrich Heine, Sigmund Freud, Thomas und Heinrich Mann, Berthold Brecht, Kurt Tucholsky und Karl von Osjetzky Verbrennen und verbannen geschehen reibungslos Am Morgen danach sind die Bücher nur noch ein rauchender Ascherhaufen Nicht nur in Berlin Man versammelt sich am Wilhelmsplatz in Kiel Am Greifswalder Marktplatz An der Bismarcksäule in Hannover Und in weiteren Universitätsstädten In München ziehen Studenten und Studentinnen So wie mehrere tausend Schaulustige in einem Fackelzug Durch die nächtlichen Straßen Kurz vor Mitternacht versammeln sie sich am Königsplatz Darunter auch der bayerische Kultusminister Hans Schem In mehr als 20 deutschen Universitätsstädten Versammeln sich Studenten, Professoren, Parteigenossen und Bürger Zur öffentlichen Bücherverbrennung In Hamburg findet die Verbrennung wegen starken Regens Erst am 15. Mai am Kaiser Friedrich-Ufer statt Sie sind Höhepunkt der vierwöchigen Aktion Wieder den undeutschen Geist Deren Ziel die Vernichtung des deutsch-jüdischen Geisteslebens ist Schon Wochen zuvor werden an Universitäten Hetzerische Plakate aufgehängt Die jüdische Mitbürger als Widersacher des deutschen Volkes bezeichnen Zur Reinerhaltung der deutschen Sprache auffordern Und deutsche Hochschulen als Hort des deutschen Volkstums preisen Sogenannte schwarze Listen werden erstellt Und die zu verbrennenden Bücher in Bibliotheken und Buchhandlungen ausgesondert Autorinnen und Autoren, ebenso Professoren von Hochschulen An deren Gesinnung gezweifelt wird, werden denunziert Beispielsweise durch das Aufstellen von öffentlichen Schandpfählen Mit ihren Namen und Werken gebranntmarkt Hetze und Hass greifen um sich Nirgendwo regt sich hörbarer Protest Das Verbrennen und das Verbannen Vollzieht sich reibungslos Und mit offener oder stiller Zustimmung Auch noch Monate nach dem 10. Mai 1933 Werden unter anderem durch die Hitlerjugend und Schulbehörden Weitere Bücher verbrannt Insgesamt sind 102 Bücherverbrennungen In über 90 Städten dokumentiert Eine schauderhafte Bilanz Der deutsche Buchhandel begrüßt Die nationale Erhebung Wie viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller Von der Verbrennung ihrer Werke betroffen waren Lässt sich heute nicht mehr feststellen Doch der 10. Mai 1933 war nicht das Finale Es war der Beginn der Auslöschung Unliebsamer, undeutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller Dafür sorgte eine ständig erweiterte Sogenannte Schwarze Liste Die im Mai 1933 bereits 131 Namen Der schönen Literatur Und 141 Autorinnen und Autoren Der Politik und Staatswissenschaften umfasste 1939 enthielt die sogenannte Liste Nummer 1 Des schädlichen und unerwünschten Schrifttums Akribisch aufgeführt 4175 Einzeltitel Und 565 Verbote von Gesamtwerken Da wollte auch der im Börsenverein organisierte Deutsche Buchhandel nicht mehr im Abseits stehen Schon am 12. April hatten deren Vertreter ein Sofortprogramm des deutschen Buchhandels beschlossen In dem es hieß Der deutsche Buchhandel begrüßt die nationale Erhebung Er hat seine Bereitwilligkeit zur Mitarbeit an ihren Zielen Als bald zum Ausdruck gebracht Zitat Ende Woran die Buchhändler so bereitwillig mitarbeiten wollten Verkündeten sie wenige Tage danach In ihrem Verbandsorgan Börsenblatt Das alle unerwünschten, undeutschen Schriftstellerinnen und Schriftsteller Alphabetisch nannte Leon Feuchtwanger Alfred Kerr Heinrich Mann Erich Maria Remark Kurt Tucholsky Arnold Zweig Und weitere 131 Namen Für alle waren die Folgen verheerend Schreibverbote wurden verhängt Vortragstätigkeiten und Lesungen untersagt Viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller flüchteten ins Exil Darunter Anna Segers und Else Lasker-Schüler Einige wie Stefan Zweig und Walter Benjamin Nahmen sich dort das Leben Andere wurden verhaftet, gefoltert und im KZ ermordet So zum Beispiel Karl von Osjetzky Ihre Bücher entdecken und wiederentdecken Am 10. Mai 1933, dem Tag, an dem in Deutschland Bücher in Flammen aufgingen Verloren viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller Nicht nur ihre berufliche Existenz Ihr Lesepublikum Sondern auch ihre Heimat Einige von ihnen sogar ihr Leben Es war eine späte, symbolhafte Wiedergutmachung Als 1979 der Börsenverein des Deutschen Buchhandels Zusammen mit der Schriftstellervereinigung Pennzentrum Deutschland Und dem Verband Deutscher Schriftsteller beschloss Diesen 10. Mai zur Erinnerung an die Bücherverbrennungen Als Tag des Buches zu begehen Wir sollten uns 90 Jahre danach daran erinnern Was Autorinnen und Autoren angetan wurde Und zu welcher barbarischen Komplizenschaft Das Volk der Dichter und Denker fähig und bereit war Alle die verfemten und ihre Bücher neu zu entdecken Könnte eine bescheidene, hoffnungsvolle Form der Wiedergutmachung sein Unser Lesetipp Helmut Ordner Volk im Wahn Erschienen bei Edition Faust in Frankfurt 296 Seiten 22 Euro Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen Finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de Oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte